Hey Leute, ich wollte euch einmal das neue Buch von uns, der will Steuern machen Spaß vorstellen. Das Ganze ist von Zacharias Saster, sein echter Name, Johannes Lemminger. Super erfahrener Steuerberater, super auch amüsant geschrieben, also nicht so ein trockenes Steuerbuch, sondern wirklich mit lebhaften Geschichten. Fokussiert sich zwar sehr auch auf Unternehmer oder schon Angestellte, aber auch gerade als Student natürlich super spannend, seine erste Steuererklärung mal zu machen, motiviert auch zu werden, was man so an Steuer, ich sag mal Tricks mitnehmen kann für die Zukunft. Deswegen kann ich nur empfehlen, wünsche euch super viel Spaß beim Lesen und weiter alles Gute.